Gerne meinen Shop aus für die neuen Nice Sachen und die Camouflage Sachen, Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Freistoßschießen hier auf meinem Kanal mit meinem Bruder, was geht ab bei dir Leute, heute Frauen Nationalmannschaften mal wieder, England gegen Spanien, ich bin England, kann man das so machen, England gegen Spanien, was labisch, England gegen Deutschland, ich bin England, er ist Deutschland, ja mach, und wir machen heute Leupold gegen, ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Schützen ich geschossen habe, ey, weiß ich gar nicht mehr, weiß ich nur, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ey, ich hab keine Ahnung, ich kann die nochmal kurz nachschauen, warte, die Schützen wieder unvorbereitet wie mal Nobs, genau, Nobs, wir schauen mal, wer gewinnt Leute, ja, checken wir mal gerne den Shop aus, nice, schwarz-weiß als T-Shirt, als Pullover in Orange, Rot, Orange, so, Grün und Blau in vier Farben, checkt's gerne aus, Kissen, Tassen, Turmeutel, Nice, LED-Lampen am Start, Scheiß, meine Haare, sag doch, was sie so aus sind, Haaremarsch, Handyhülle, Orange, Blau, Rot, Grün auch am Start, und Gertis Autogrammkarte, auch noch am Start, Du bist Bescheid, jetzt bist du, warum ich Kappe trage, ja, egal, meine Haare, meine Haare sind auch nicht gut anstatt, aber deine sind, ist immer ehrlich, noch schlechter, scheiße, ist immer ehrlich, dein Haar ist noch schlechter, Ich komm von der Schuhe, kann ich mal duschen und ich muss halt mit dem aufnehmen, ey, so sind ich geduscht, sag doch, erzähl doch, erzähl doch, erzähl doch, ey, keinem was, und, äh, dann würde ich sagen, Leute, starten wir ins Video, wenn ihr Bock habt, bleibt bis zum Schluss an, Leute, So, ab geht's, Leute, erster Freistoß mit Nobs, schauen wir mal, wie das Ding läuft, ey, die hat ganz gut eine Fähne, ne, 83 Fähne ist stabil, aber sonst, naja, die restliche Werte sind sie so, Baba, aber gut, schauen wir mal, let's go, na, ich hab doch gerade mal geschossen, nein, ist egal, scheiß, doch, ey, verkacktes, verkackt, mach du, ey, ey, ich hasse das, ich hab doch gerade geschossen, man, so ne scheiße, wieder, ey, man, immer dieselbe Kacke, ey, ohne Witz, ey, immer dieselben, immer dieselbe Scheiße, Oh, die sollte nicht mehr schicken, na, ich hab's zurückgenommen, warum passt du nicht? Ich wollte, dann Finte, man, aber hat sie nicht mehr gemacht, bist du deppert, bist du deppert, lass mich jetzt machen, Alter, wir müssen wenigstens noch einen hinkriegen vor der Halbzeit, vor der Halbzeit, weißt du, musst du noch einen hinkriegen, flagst mich weg jetzt, jawohl, nein, 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 warte doch, du hast doch gesehen, ja, Mann, Alter, der dreht sich, nervt doch nicht, die Spielerin dreht sich nicht, wenn da noch ein anderer steht, deswegen, so, jetzt, jawohl, jetzt krieg ich gelbe Rot, fetten Sache, fetten Sache, hier gering, äh, eiskalt, gelb Rot, Okay, dann, ähm, mal schauen, jetzt, wie, Juden, an den Juden hab ich gar nicht mehr, also, ich muss mal kurz das abchecken, hier nochmal nebenbei, zack, ob auch alles läuft, aber es sieht gut aus, fetten Sache, so, eiskalde Grätsche, verdient, ich hab auch schon eine, ne, oder hab ich zwei Euro, hm, glaube ein, muss reichen, ne, geiles Stadion, Wembley Stadion ist richtig geil, weil schon mal da läuft, Stadion Tour gemacht, beste Leben, Alter, war wirklich geil, Wembley Stadion ist nice, Wembley ist nice, wir haben ja eigentlich als Schiedsrichter in einer, näher, näher Jokeleinen, ey, eher, die Schiedsrichter hat man noch nie, ey, okay, ab geht's, zweiter Freakick, diesmal, schieß ich hoffentlich auch, Leute, eben, einfach nicht geschossen, juck mich nicht, so, wisst ihr, Ich muss ja nicht auf die Fähne gehen, ey, weil das Ding ist Kraft, wie viel, 70, 70 Kraft ist shit, 71 Freistoß ist auch nicht gut, versuch mal auf die Fähne, das Ding hier eiskalt rumzudrehen und dann, äh, schauen wir mal, ob da draußen es wird oder nicht, wir werden sehen, ey, zack, let's go, boah, ich dachte, das Ding kommt nicht, der, boah, schein zur Schuld, gib schnell, gib schnell, gib schnell, roll ab, vielleicht kriegen wir noch einen, nein, schieß nicht weg, Alter, was will die wegschießen, warte, 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 jetzt, jetzt, schnell, 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 schnell sein, nein, nein, nicht so, nicht so, nicht so, nicht zu nervös, nicht zu nervös, nicht zu nervös, sei nicht zu nervös, Mann, nein, was machst du, ey, warte, jetzt chill, bleib locker, die lässt durchlaufen, konkret schon, ja, es gibt nur einen Rekord, neun Minuten, wir kriegen nur einen Rekord hin, Leute, unser Rekord war zehn Minuten, nee, warte mal, hatten wir elf, haben die elf erreicht, wir müssen, wir lassen, sind durchlaufen, Leute, wir kriegen hier neuen Rekord hin, alle, saftige Sache, alle, saftige Angelegenheit, ganz easy, gelbe Karte, für Simon, kennt die nix, ey, okay, äh, hier sehen wir nochmal, vielleicht kommen wir auf zehn, ey, okay, dritter Freekick, äh, Joker muss ich noch nehmen, ne, Joker muss ich noch nehmen, ne, Joker muss ich noch nehmen, ne, schön, Joker, komm, Alter, es gibt müsste eigentlich, aber hat mir nicht elf beim letzten Mal, ich bin mir sicher, wir haben, nein, aber elf können wir auch kriegen, ich muss ihn jetzt reinmachen, Leute, scheiße, wenn ich ihn jetzt reinmache, dann ist möglich, Alter, dann ist elf möglich, jetzt haben wir zehn, jetzt haben wir zehn, wir müssen jetzt jede Sekunde rausholen, oh, scheiße, das ist richtig cool, ja, kann ich nicht mehr rausholen, ey, jetzt läuft die Zeit so langsam, äh, dann nehme ich mal White als Joker, wenn du schießt, läuft die Zeit, läuft die Zeit wieder schnell, ja, ja, ich weiß, ähm, aber, das heißt, wie so hoch, dass der zehn Jahre in der Luft ist, ich muss eigentlich, ja, was soll ich mit der machen, ey, komm, ich will schießen, lieber sonst, ich weiß nicht, probier's einfach mal, der ist drin, pass auf, nein, der ist schlecht, ey, nein, leg auf den Boden, elf Minuten, wir haben neuer Rekord, Leute, Alter, warte, warte, ist noch lange nicht vorbei, nein, ey, wir kriegen noch, ey, hat die vergessen, das waren zwölf Minuten, hat die vergessen, die hat's, glaube ich, auch nicht vergessen, Alter, da waren zwölf Minuten Nachspielzeit, was ist denn hier los, oh, was ist denn da los, wie so, 52, nein, die hat gepackt, nein, so, scheiße, 52, 52, die hat überlegt, warte mal, 52, ey, nein, die hat überlegt, so, hat zweitens, hat's schon begonnen, scheiße, gelaufen, ey, okay, kein getroffen, Chokgisell, Alter, Chokgisell, kein getroffen, jetzt musst du wenigstens einen von deinen drei reinmachen, let's go, ball, ich zieh direkt durch, ey, hast du alle drei geschossen, ey, hör auf, nein, hör auf damit, hör auf damit, ey, hör auf damit, jetzt lauf einfach nochmal, der Ball ist gleich wieder weg, hör auf, Alter, guck, ich hab doch gesagt, der Ball ist gleich wieder weg, Alter, hör doch auf, Alter, ja, ey, du machst immer, das machst du immer, Baba, nee, das war nicht Baba, natürlich war Baba, nein, das war nicht Baba, warte, 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 geh mal ein Stück, geh, mhm, geh, gib das Ding her, was für ein Big Brain bin, gib das Ding her, hab ihr gesehen, ich hab das gelesen, das Spiel, gelesen, okay, du nimmst, äh, Leupolz, ne, Leupolz und einen Joker, einen Joker haste einmal, bei meinscht, ey, du hast gar keinen Joker gemacht, doch, der letzten, ich glaub, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die ist, war ein Budejoker, ja, war kompliziert, Lucy Bronze, ey, Leute, das ist die beste, das ist die beste Spielerin, 89, kann leider nur kein Freischuss, Junge, Juden ist Dings, ey, die ist, what, die ist Innenverteigerin, warum können wir eine Stürmer und White und Kirby eigentlich nichts schießen, was ist da los, ey, Frechheit ist ja, unfassbar, naja, gut, by the way, wie hast du Mario schon wieder weggegangen, musst du sagen, die hat zu gute Werte, man, wie England ohne diesen Stern ist richtig irgendwo, haben die keinen, stimmt, ja, stimmt, ja, hab ich gar nicht drauf geachtet, aber gut, hab ich gedacht, auf ein Stern oder keiner, wenn Deutschland wieder, wenn Deutschland wieder drei hätte, wäre so richtig wieder so, aber, was ist hier los, sind wir ehrlich, 13, oder? Ein Stern oder kein Stern, Jukes, wie sieht man, ob die Wörter von Jukes schon, haben wir gerade gesehen, Jukes schon, ein Stern oder kein Stern, Antoine, hab ich mal 18, 4 geht auch fit, mach ich, äh, Läupolz, ein guter Werte, deswegen, okay, Außenriss, oder was, saftiges Außenriss-Dingen hier mit Läupolz, der ist gut, der war knapp, ey, Junge, die schießt geile Freistöße, ey, also Läupolz, Respekt, die Freistöße sind, ja, komm, ich wollt grad noch zurück, aber, du sagst zu mir, ich soll chillen, aber chillt selber nicht, ja, du machst aber immer dasselbe, ey, hier, gib her, dann, du weißt das doch dann, lass es doch, du standst doch schon, ich weiß nicht, warum du dich, jetzt krieg ich wieder rot, ey, du weißt das doch, dann lass es doch, ja, aber wenn ich doch immer dasselbe mach, dann liest du doch mal das Spiel, ja, nee, aber, der stellt sich immer noch zehnmal um, obwohl er schon gut steht, dann krieg ich mal rot, Geil, Alter, irre, ne? Und du hättest ja einfach so stehen bleiben können, ich gehe geräscht, ganz einfach, wie schick, da war ich aber noch im Raum, im 11er, ja, mein, ja, hättest du mich umgeräscht, hättest, hätte ich einen 11er bekommen, hast du auch gefeiert, oder, ist doch gut, ist doch gut, ja, Joker nämlich Marujan, ja, was soll das, ey, natürlich, sch孩子 gelaufen, ey, natürlich, ist nicht verboten, sind wir ehrlich, ist nicht verboten, ist scheiße gelaufen, Marujan, werte wie Messi, scheiße, ey, kacke, oder, dann nimm jetzt Marujan, kann, dann versuchen, wenigstens, oh, brein, ja, versuchen, wenigstens da hin, ey, Der ist gut, der ist sehr gut, der ist sehr gut, der ist sehr gut, die Tor drin ist eine Maschine, ohne Witz, wen habe ich im Tor, Bratzley oder so heißt die, die 6. Der war aber zu weit auf der Hälfte, der hat die nicht viel gemacht, der war trotzdem gut, wie heißt die, Bratzley, nicht Bratzley, die ist gut, das muss ich sagen, gefällt mir, gefällt mir, okay letzter, letzter Freikick, hau aus hier, passt das Ding, passt das Ding, was ist das für ein Pass, was war das, sei mal ehrlich, war das ein Pass, ja jetzt ruhig, ey, warum nütze ich mich an, ich hab dich doch, hier, hol das Ding, Jetzt krieg ich wieder, Mann, ey, hier, jetzt nochmal, nein, wo tacklst du, ey, Junge, Alter, was machen die denn? Ja, aber du, hier, jetzt ruhig, ruhig, bleib, man, ey, Schiedsrichter, warum hast du nicht gepasst, die Ecke, hab du extra gesagt, pass hier, warte, komm hierhin, ja, wenn es die passt, dann passt die immer richtig komisch, nein, 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 natürlich, ich bin extra weggegangen, so, jetzt bleib, wo bist du denn? Ja, mein Controller ist echt kaputt, warte, bleib stehen, so, jetzt, fettes Ding, Oh, Mann, Schiedsrichter, ey, das war doch, bleib stehen, bleib stehen, ah, Mann, ey, Schiri, ich raste gleich aus, jetzt, oh, Mann, ey, ich raste aus, ey, bitte fahren, ey, grätsch, doch einfach mal richtig oben, ey, Mann, ey, das kann doch wieder nicht wahr sein, ey, jetzt krieg ich wieder rot, jetzt pfeift die natürlich wieder ab, ja, ich raste hier wieder aus, ey, meine Fresse, ey, ich krieg, jetzt rot kriegst, ey, gib doch mal rot, ey, was soll denn das? Ich krieg hier wieder zu viel, Leute, ey, du hast zweimal mit einer Karte gegräbt, schon hast keinmal rot dafür, guck, pass hier nicht, nee, ist unfair, hast du gemächt, was sieht auch den allerbächt, warum lässt du sie auch nicht feiern, ey, okay, letzter Freistoß, du musst aber jetzt mit, äh, Leupolz wieder schießen, ne, steht 0-0, by the way, ne, scheiße gelaufen, sind wir ehrlich, sehr scheiße gelaufen, okay, ab geht's, wollen wir nochmal sehen, ob Leupolz hier wenigstens nochmal ein saftigen Freistoß reinballet, schauen wir uns das Ding mal an, gegen, gegen Scott, wollte ich gerade sagen, Scott steht in der Mauer, gegen Bartzley, gegen Bartzley, ne, echt, mal gucken, äh, eben war der schon gut, ey, aber sonst war ihm schon gut, der ist auch gut, Mann, Alter, beide ging's hart, ne, Leute, das war's, ich hoffe, es hat euch gefallen, ja, lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da, falls du nicht umgekehrt, gerne kostet es abonieren, ist auch kackiert, täglich einschalten, mach die 3 Milliarden, das ist voll, ich will es dir hoffen, checken wir gehen in den Shop aus, ne nice design, schwarz-weißer, T-Shirt, Pullover in orange, rot, grün, blau in den vier Farben, checkt's mal gerne aus, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice, LED-Lamphorn am Start, Handyhüllen am Start, Leute, orange, blau, rot und grün, und, äh, gratis, Autogramm-Karte, die gibt's auch wie immer zur Bestellung dazu, checkt's gerne aus, Leute, äh, ich würd mich freuen, schreibt, wie man in die Kommentare, wer als nächstes antreten soll, Spieler, Vereine, Länder, Nationalmannschaft, was soll man, schreibt's in die Kommentare, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, oder? Reinhardt, ciao!